Wir haben einen offiziellen Trailer und ein Datum, wann das neue Miraculous World Special erscheinen soll. Hey Freunde, euer Litchi hier und willkommen zu diesem Video. In diesem Video beschäftigen wir uns mit der neuen Special-Folge von Miraculous Ladybug. Wir analysieren diesen Trailer und ich werde euch auch sagen, wann die Folge rauskommt und mehr Infos über den Trailer geben. Aber davor lasst jetzt schnell mal ein Like da unten ein Abo und teilt das Video gerne mal auch mit Freunden, damit ich irgendwann ein Video mit Okuyi drehen kann. Und ich würde sagen, los geht's mit dem Video. Die neue Folge vom Special heißt Into the Reveal. In diesem Bild sehen wir vermutlich Ladybug und Cat Noir in einer Kanalisation. Und die Zusammenfassung der Folge sagt aus, dass Ladybug und Cat Noir anscheinend gegen ihr eigenes böses Ich kämpft. Von einem anderen Universum, beziehungsweise sie heißen Shadybug und Clorm Neuer. Und Shadybug soll über Ladybug sein und Cat Noir soll über Clorm Neuer sein. Ich bin mir aber nicht sicher, wer von den beiden böse ist. Also ich halte mich da lieber raus. Als nächstes sehen wir auf dem Bild Nino, wie er so erschreckt schaut, als wäre irgendwas passiert. Was ich mich jetzt aber frage, wie ist denn in die Kanalisation, beziehungsweise Cat überhaupt hingekommen? Warum kämpfen Ladybug und Cat Noir überhaupt dort? Dann sehen wir Shadybug, die aussieht wie die akkumulatisierte Version von Ladybug. Wie bei der zweiten Staffel, die Folge Heldentag. Es sieht so aus, als würde sie irgendein kugelförmiger Roboter halten. Was ist das wohl? Später sehen wir die Eltern von Marinette, also Tom und Sabine. Und die schauen zu, als wäre irgendetwas Schreckliches passiert. Also sie machen sich sehr Sorgen, nachdem sie die Nachrichten angeschaut haben. Was stand wohl in den Nachrichten? Später in der Folge sehen wir dann noch Adria, der wie immer ganz am Zimmer sitzt und Debris schiebt, wenn er zu Hause ist. Und mich würde echt interessieren, ob auch Gabriel in den Special vorkommt, nachdem was in der fünften Staffel passiert ist. Adria schaut sein Miraculous an und will sich wohl wieder in Cat Noir verwandeln oder so. Ich kann auch nur Vermutungen ausstellen. Ich kann ja nicht an den Gedanken lesen. Einige Zeit später sehen wir Marinette mit Adria reden in ihrem Zimmer. Und Adria verwandelt sich aus irgendeinem Grund und einfach an irgendetwas Heldenartiges. Ich bin mir aber nicht sicher, ob sie akkumatisiert wurde oder nicht. Weil sie schaut so wütend, als würde jemand sie zwingen, das zu tun. Ich denke auch nicht, dass sie irgendwelche Kräfte bekommen hat und sich dann einfach bei Marinette aus Spaß verwandelt. Wahrscheinlich wurde sie akkumatisiert vom Monarch oder so. Und wie wir alle wissen, ist Adria in einem anderen Universum der Hüter von dem Schmetterlings Miraculous. Vielleicht wurde sie jetzt in der Gegenwart auch zum neuen Hüter des Schmetterlings Miraculous wie bei den anderen Universen. Da bin ich mir aber ehrlich gesagt nicht so ganz sicher deshalb. Aber ich muss auch sagen, es sieht so aus, als würde sie ein Portal zu irgendetwas öffnen. Vielleicht für Shadybug und Klau und Noir. Danach sehen wir ein sehr interessantes Bild. Nämlich sieht man den Hüter des Schmetterlings Miraculous aus der Gegenwart. Und er hilft Marinette. Vermutlich ist das Gabriel, der Marinette hilft. Aber das weiß man auch nicht so genau. Es ist ein bisschen komisch, weil jetzt einfach zwei Hüter des Schmetterlings Miraculous in einer Welt sind. Ich jedenfalls hoffe bald auf mehr Informationen darüber, damit wir auch mal Klarheit haben, was da wirklich passiert. Und wie wir auch einfach sehen, hilft Gabriel einfach Marinette? Gabriel, Agress, hilft Marinette. Das würde niemals in der normalen Welt, z.B. Universum passieren. Und am Ende des Traders sehen wir den Hüter des Schmetterlings Miraculous aus dem alternativen Universum. Und das ist Adria aus der Zukunft. Also ich muss sagen, ich bin genauso wie ihr ein bisschen verwirrt mit den ganzen Universen. Aber auf jeden Fall, diese Special-Folge soll wohl am 18. oder 19. November 2023 erscheinen. Und am September bekommen wir einen 2-minütigen Trailer über Miraculous für das Special. Und dann bekommen wir hoffentlich mehr Antworten. Das war's, Abo und Like nicht vergessen und dann tschüss. Tschüss.